Hast du Zeit? Erdegras Mädchen ist wieder zu Hause? Ich bin wieder da, ich hab euch richtig vermisst. Wir haben unterwegs so viele Leute geholfen, dass mein Dankbarkeits-Label auf 17 gestiegen ist. Ich habe ein Souvenir mitgebracht. Das Ebenbild von Edibe von Island lässt dir etwas ausrichten. Das war's. Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Ja gerne, vielen Dank. Ja, komm. Ist noch was übrig? Ja. Was ist das? Ich denke, ich werde bald wieder aufbrechen. Ich werde zu Hause. Sie wollen zu Hause, okay? Gerne. Das wäre eine gute Idee. Nach dir langer Reise. Ich werde nicht heimkommen, bis ich die ganze Welt bereist habe. Ich werde bald wieder aufbringen. Ich werde noch mehr Zeit mit dir verbringen. Vater. Du kochst immer noch am besten von allem. Mama. Was habe ich gesagt? Ich werde nicht heimkommen, bis ich die ganze Welt bereist habe. Ich werde nicht heimkommen, bis ich die ganze Welt bereist habe. Dann mache ich mich wieder auf. Vielleicht bis bald einmal. Bye, guys. I'll see you later.